Die Schlacht bei Kassel war ein militärischer Zusammenstoß im mittelalterlichen Frankreich, die einen Machtkampf in der Grafschaft Flandern entschied. Sie fand am 22. Februar 1071 bei Kassel statt. Im Jahr 1070 starb Graf Balduin V.I. von Flandern, worauf ihm sein unmündiger Sohn Arnulf III folgte, für den seine Mutter Ritchild vom Hennegau die Vormundschaft übernahm. Unter den flämischen Vasallen war die Regentschaft der Hennegauer in Unpopulär und ihr Schwager Robert der Friese, der in Holland herrschte, nahm die Gelegenheit wahr und fiel noch im selben Jahr in Flandern ein. Ihm gelang die schnelle Einnahme von Brügge und Gent, aber dann wurde er vom Grafen Eustach II. von Bologna gefangen genommen. Um die gleiche Zeit geriet auch Ritchild in die Gefangenschaft der Anhänger Roberts und dieser wurde in einem Gefangenenaustausch freigelassen. Ritchild, deren Anhang sich hauptsächlich im Süden Flanderns konzentrierte, ersuchte erfolgreich bei König Philipp I. von Frankreich dem Oberlehensherrn Flanderns um militärische Unterstützung. Auch von ihrer Schwägerin Mathilde, der Schwester Roberts und Ehefrau Wilhelms des Eroberers erhielt sie Unterstützung. Auch wenn der von ihr Gesandte William Fitzhors Bern mit nur zehn normannischen Rittern nach Flandern zog. Kurz vor der Schlacht vermittelte König Philipp I. eine Ehe zwischen Ritchild und William Fitzhors Bern um diesen als Beschützer des jungen Grafen Arnulf III zu gewinnen. In der Schlacht am 22. Februar 1071 behielt Robert der Friese die Oberhand. William Fitzhors Bern fiel im Kampf ebenso wie Graf Arnulf III, der von Gerbo dem Flamen erschlagen wurde. Richard und ihr zweiter Sohn, Baldwin, flohen in ihren heimatlichen Hennegau, den sie in den folgenden Jahren für sich sichern konnten. Robert der Friese aber war nach der Schlacht der neue Graf von Flandern, was auch der nach Montreux geflohen König Philipp I. anerkennen musste. Beide schlossen noch im selben Jahr ein Bündnis gegen die Normanen, womit sich die Chancen Ritchildes auf eine etwaige Rückgewinnung Flanderns zerschlugen. Beide schlossen noch im Kampf.